Schau mal ab, die Slowenen, die ist einen Meter unter Weltrekord gesprungen. Das waren 221 Meter, die Slowenen, und dauerhaft auch so in den Trainings- und Probedurchgängen. Ja, schau mal auf die Kappa-Position, die ist besser als bei den anderen Fliegerinnen. Das ist slowenisch, das ist slowenisch. Das ist Weltrekord, das ist Weltrekord, das ist Weltrekord. Das ist der neue Weltrekord. Und es hat sich fast angedeutet, es hat sich fast angedeutet, 226 Meter. Das ist Weltrekord, hier springt sie raus, und sie macht sich ein wenig runter, kriegt den Hintern nach oben, die Schultern tiefer unten, und sie ist so mutig. Schau, wie sie die Ski vorbei blickt, das ist slowenisch, das ist der neue Weltrekord von der Slowenien-Klinitz. Was die unten dann noch, diesen Mut, da kriegst du ja Druck, 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 Aufwind, und dann noch Höhe. Was die da unten mutig rauszieht, ist phänomenal. Das Highlight kam zum Schluss des ersten Durchgangs. 226 Meter ist 34 Punkte zu Katharina Althaus, ihre härtesten Verfolgerin, um die Raw-Air-Wertung. Sie ist Raw-Air-Leader, das sieht man auf dem Trikot. und 1 Something